und willkommen zurück zu einer neuen folge space engineers und zwar mit kanonen feuer hier ist was die schon wieder schießen hier so ok wir haben in der letzten folge angefangen unser bohrschiff hier zu bauen und ich kann das schon wieder abbauen denn ja die verbinder sind scheiße ja die sind scheiße denn die lassen nix durch so kommt zurück und weg so kann ich mich alle den ganzen mist noch mal umbauen so soll ich natürlich ein bisschen zu viel weg gemacht so jetzt muss ich mal schauen welche verbinder sind denn das ich habe doch aber keine anderen hier gefunden muss ich mal durchschauen sensor zeitschaltuhr motor teil lüfter künstliche masse jump drive tja welche welche sollte sein müssten eigentlich nur kleine blöcke sein oder müsste jetzt hier irgendwo verbinder sein block verbinder haben wir hier sicherheitstor programmierbar block mittlere fracht container auswurf oder band rahmen den auswurf müssen wir übrigens auch noch bauen gell künstliche masse förderbarn sortiere ja welche sollen das sein ich habe hier hier sind sammler ich finde hier das ist eine fernsteuerung lüfter sauerstoff tank trocken tank kleiner fracht container paketen werfer ich bin da war keine verbinder war da ja das sind alle blöcke jetzt hier für das kleine schiff ich habe keine ahnung welcher block das sein soll aber das müsste doch sein der block verbinder oder nicht aber ihr seht ja der hat ja der hat ja nichts also wie gesagt ich weiß dass die blöcke damals anders ausgesehen haben also die die verbinder haben nicht so ausgesehen wie der hier schweißgerät schleifmaschine ja ich finde hier kein weiter künstliche masse ja und unter verbinder haben wir nur den verbinder ja unter was könnte das denn noch laufen cockpit blöcke gepanzerte blöcke charakteranimation charakterwerkzeuge waffen ja ich habe keinen plan ich habe absolut keinen plan aber ihr habt mir in die kommentare geschrieben dass dieses teil äh nicht das richtige ist tja besser das motorteil sauerstoffform ich habe keine ahnung ich weiß es nicht oder habt ihr dafür eine mod verwendet ich weiß es nicht produktions blöcke fenster blöcke kleine blöcke wie gesagt das müsste jetzt eigentlich hier mit dabei sein ich ich weiß nicht wie gesagt ich sehe es nicht äh ich weiß dass es die teile damals gab hier die blockverbinder aber halt anders hm so haben wir hier irgendwas bei den großen blöcken mit drin sicherheitstor hier ist auch der blockverbinder da hier ist der normale verbinder hier ist ein sammler da habt ihr das mit dem normalen verbinder gemacht aber der normale verbinder weiß ich nicht ah deswegen hm das habt ihr mit dem normalen verbinder gemacht denke ich mal hm hundertprozentig habt ihr das mit denen gemeint da fehlt mir ein computer echt jetzt sehr gut also ich gehe mal davon aus dass ihr das wirklich mit äh dem teil gemeint habt weil ein anderes könnte ich mir nicht vorstellen ja das kann ich jetzt natürlich nicht dran setzen weil ich hier keine energie habe gern das heißt ich müsste aus zu meinen reaktor hinten drauf bauen ok dann bauen muss man reaktor so und zwar kleine plöcke der reaktor groß so brauchen natürlich wieder etliches metallgerüst und reaktor komponenten gell so 95 reaktor komponenten also brauchen wir erstmal metallgerüst das reicht aber wahrscheinlich glaube ich gar nicht hier haben wir auch noch ein paar ne nicht kobalt raus ich will das metallgerüst haben reaktor komponenten haben wir sieben das heißt wir brauchen noch äh äh ja rein theoretisch schon so dann habt ihr das also mit dem normalen verbinder gemeint so wie das jetzt hier dran ist denke ich mal ermute ich jetzt mal ganz stark so werden die gebaut hier aber sind schon fertig cool ich kriege natürlich nicht alle rein weil die so riesig sind hm weiß ich halt eben nicht ob ich das so äh befürworten kann weil ja wie gesagt ich habe mit diesen verbindern nie gute erfahrungen gemacht so da können wir die restlichen reaktor komponenten wieder rein tun auch die gitter können wir rein tun und nehmen uns ein bisschen uran raus ein bisschen das soll das mal reichen so ja wie gesagt ich habe mit den dingern halt eben keine guten erfahrungen gemacht so schon ist strom drauf normalerweise müssten wir jetzt eigentlich den verbinder hier vorne dran setzen können ne kann man nicht können wir nicht so und das liegt aber nicht daran dass mir steilplatte fehlt gell ich habe steilplatten dann kann ich das halt nur so bauen und muss dann aber dann denke ich mal noch eine batterie drauf machen weil das teil muss ja online sein hm so ähm dumm 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 was hat gefehlt steilplatte hat gefehlt genau so okay dann wollen wir das mal so bauen so jetzt brauchen wir auf alle fälle erstmal halt erstmal triebwerke und zwar würde ich gerne äh vielleicht jedoch die etwas größeren bauen zumindest ist es nach unten okay diese fälle 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 zu tief muss etwas höher so hätte ich gesagt ja genau so sieht das gut aus metallgerüst metallgerüst und motor doch brauchen wir doch wieder metallgerüst sehr gut so naja das ist metallgerüst und motor recht nicht brauchen 144 motoren für so ein kleines triebwerk ok ok ich hoffe wir haben hier noch motoren ne haben wir nicht mehr doch halt hier 144 motoren für so ein kleines triebwerk so ihr habt übrigens gesagt dass ich soll das schiff fertig bauen und soll es dann fertig schweißen mit mit dem schweißschiff oder komme ich glaube ich nicht mehr an alles dran das ist doch mal so ein bisschen bescheiden metallgerüst fehlt alles klar das ist doch mal so ein bisschen bescheiden um da dran zu kommen dann so das ok stahlplatte fehlt und metallgerüst gut dann nehmen wir die stahlplatte und metallgerüst so ah ne ich habe keine energie mehr ok so das geht auch die lampe wieder an ich habe mich schon gewundert warum es so dunkel ist jawohl und ein bisschen gesundheitsschaden hatte ich auch ok mir gar nicht so aufgefallen so na dann los mach mal vor 100% sehr gut also so den einen hier noch schweißen ok jetzt muss man mal gucken dass ich mit dem teil vielleicht schon etwas abheben kann oder zu brauchen wir erstmal an aus spärschalter sehr gut wir sollten das glaube ich noch lassen so lange wie wir noch keine seitlichen düsen haben ja so lange wie wir noch keine seitlichen düsen haben sollten wir das glaube ich ein bisschen lassen so für die seitlichen düsen würde ich sagen nehmen wir aber die kleinen so 1 2 3 hier so das sollte gleich aus dem reichen 4 zur seite das müsste aus dem reichen um das schiff zu stabilisieren okay stahlrohr groß fehlt gleich noch ein paar mehr so haben wir natürlich keine mehr hier ist klar so hier hätte ich natürlich aus reingetan deswegen verstehe ich gerade nicht warum die schon alle sind motor ok oder motor oder mal wo ist immer dran vorbei hier ok gehen nur 45 ok jetzt brauchen wir natürlich noch die nach hinten habt ihr ja auch gesagt da reichen eigentlich auch zwei stück aus und dann machen wir noch vorne noch eins und dann machen wir noch vorne noch eins und dann können wir halt eben auch mal umfallen und dann können wir halt eben auch mal umfallen oh was hat denn jetzt gefehlt und motor war es gern so die waren schon fertig das ist fertig das ist fertig so nach oben hab da gesagt brauche ich keine okay ok muss man schauen ok so jetzt wird angekliedscht ich habe ein paar habe nicht vergessen immer gar kein gyroskop trenne ich nase ich bläde also so halt halt weg fort tschüss wir haben wir da aufgesetzt ich blöckmann so ich habe nämlich skyro kopf skyroskop habe ich vergessen skyroskop so da braucht man zum glück nur eins davon so okay so können wir es mal kurz stehen lassen denn ich muss ja noch ein fuß dran bauen okay die füße haben wir nicht mehr drinnen so den fuß setzen wir noch dran ja wie gesagt also dass das teil könnte halt eben noch ein etwas langwieriger prozess werden denn wir müssen doch hier hinten irgendwie noch ein bisschen weiter machen irgendwie schauen wir mal 12 12 so das kann man schon mal fertig schweißen da können wir hinten noch zwei füße dran machen wir müssten hier hinten vielleicht ein verbinder dran machen oder so müssen wir mal gucken das schauen wir mal jetzt kommen auf alle fälle hier und fuß dran und hier noch ein fuß okay jetzt muss man die dann noch in eine gruppe nehmen kontrollfeld aber 1 2 3 4 so fahrwerk speichern gruppen so einmal an aus und einmal bärschalter gell so okay das wollte ich jetzt nämlich nicht vermeiden so da steht das ding auf allen vieren wirst du mal okay sieht zwar jetzt nach noch nichts aus aber wie gesagt das wird schon noch das wird schon noch problem ist halt eben ich weiß noch nicht wie ich vorne das teil daran baue ich gehe mal davon aus ihr meintet aber wahrscheinlich diese verbinder ich hoffe es zumindest dass ihr diese verbinder meintet ansonsten ja muss ich halt mal schauen aber eine andere habe ich halt nicht gefunden gut okay ihr lieben leute ich danke euch schon mal fürs zuschauen wenn es euch gefallen hat könnt ihr einen daumen nach oben da lassen ansonsten wie gesagt wenn es euch nicht gefallen hat einen daumen nach unten ja würde mich natürlich freuen wenn ihr noch in die kommentare mitschreiben würdet warum es euch nicht gefallen hat und ja so könnte man vielleicht ein bisschen was verbessern oder auch nicht und ja ansonsten wünsche ich euch noch einen rechtlichen schönen tag bis dahin macht's gut tschüss